ja schön und hallo herzlich willkommen dass wir heute bei overwatch wieder da sind und wo ist ein rios da ist ja schön auch von mir ein herzlich willkommen ich spiele heute mal wieder zur abwechslung lucio obwohl der tatsächlich geschlecht wurde aber der ist hier ganz geil weil du kannst hier die gegner runter schuppen das finde ich super ja das ist stimmt allerdings jetzt würde ich aber runter ja ja ich auch immer die tussi mit ihrem ding aber seit wann hat diesen krassen knockback leute ich selber runtergesprungen was war das denn hat sich bei mir auch probiert gerade eben aber ich konnte mich noch mal zurück wo er dennoch weg ist krass von der damit bisher läuft für den gegner ist es ein bisschen schwierig um das mal so zu sagen ja natürlich jeder will mich hier runter schubsen aber wirklich jeder und schluss man wollte gerade drücken und dann letzten augenblick gilt mich sehr noch ja viel und diese einfach ankommen ja es ist gerade echt schrecklich wenn die alle mal ein bisschen gesammelte ab vorgehen würden aber irgendwie tut mir das kann ich endlich haben wir den punkt zumindest mal ok street neu gut jetzt so lang feuer ja komm schon warum wir auch keinen konnte wir haben keiner so lange behakt doch blöd alter wie dumm sind die eigentlich jetzt ist es gelaufen schade ich bin eigentlich habe ich gut gespielt die runde aber eliminungen 1 totenschüsse 2 hat eigentlich war die runde vom von vom gezeigten von mir ganz okay ja wenn unser team mal ein bisschen krebs hätte ich weiß auch nicht warum warum ein warum einen mccree und warum ferra gegen einen gegen einen reaper und gerne aber guckt immer auch bei uns anders einer level 10 3 20er und bei denen gibt es der niedrigste ist 29 deshalb wieder mal das matchmaking leute zu matchen die einen irgendwie 400 spielstunden haben und die anderen 10 ist das halt auch irgendwie so ein bisschen fällt die matchmaking muss man einfach mal sagen dass matchmaking so gut gute spiele jetzt hier schon ist das ist so schlecht ist das matchmaking aber also weil auch wenn unbedingt einen shooter nicht die reine spielzeit spiel entscheidend ist vom skill ja aber man gewöhnt sich schon sehr stark an den spiel in der gespielten zeiten das wird uns geschützt Okay. heilung ja auch in mir gut 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 sehr schön heißt danke alter so oft habe ich keinen das ist ja total actionreich also das war schon vom sehen her wirklich schön muss man sagen besser geht es in den europa gleich nicht bekommen was das hat eine meinte hat es nur ein tank weggezogen ja war halt und sie gibt es schon ohne ende war ja gerade meine ulti ready aber da waren alle und da war fairer ulti dabei lustig und die da war gengis ulti beurteilt ist dass wir jetzt direkt wieder relativ gut reinkommen warte in gottes ohr du nice das war ein guter engage ja sieht so aus ich war gut dass ich die ulti ich habe die ulti gerade im richtigen moment gezündet und alle sind hinterher gekommen es war wirklich ganz nett kann ich anders sagen ja ausgleich lange folge diesmal war man besser aufgestellt diesmal war man jetzt besser aufgestellt auch wenn ich immer noch nicht der überzeugung bin dass die mccree die richtige wahl hier wäre aber gut er ist halt level 10 jetzt kommen auf dieser engen gasse her aber ich glaube wir haben einen ganz guten reaper der ganz unser reaper bisher echt einen ganz guten job gemacht ich bin auf eliminierung bin ich platz 1 ja du bist auch gut dass auch immer ein gechargeset oh ups vielleicht zu weit oben war ja so ein punkt ja komm ich war leider jetzt von der hp niedrig als gewollt ja das war jetzt dieser blöde granaten werfen der typ da ist an dem punkt alter da kommen die alle jetzt so ulti kam gerade zum richtigen zeitpunkt halt das glaube ich aber auch du gerade wenn die gewonnen die ulti nicht immer so jetzt ah nein das war gut naja ich habe mich geopfert jetzt hat einer bestchen genommen das ist jetzt sind volle wahl eine wahl ist aber auch ich ganz gut gegen den gegen genji und links sich ja ich bleib ganz gut muss ich sagen ich bin nochmal rausgekommen aber ich habe dann genji noch aber wie gesagt bisher ich habe mir recht lange schon eine ulti ready aber ich habe sie nicht genutzt weil ich sie eigentlich aufheben wollte für irgendwas kritisch das aber irgendwie gefühlt wurde es nicht kritisch so fack 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 jetzt weiß ich die ganze zeit alleine ist sechs spieler ich war lange auf dem punkt aber länger konnte ich nicht durchhalten aber meine ulti ist gleich wieder wie ach jetzt hatte ich meine ulti ready aber die hatte ich jetzt auf den wickten genutzt bisschen doof weil da war mal zu zweit nicht clever was ich jetzt gerade gemacht habe du bist jetzt davon alleine ja ich möchte jetzt hat er gut getroffen leider fuck it das wunder der wissenschaft der halb feine ach man jetzt freiwillig aber nur noch von ultis getroffen du naja irgendwie gehen wir gerade auch nicht mehr gesamt zusammen hin meine ulti gerade zünden wollen aber die leute rennen einfach viel zu schnell vor das müssen scheiße wenn wir den punkt nicht halten und rennen die alle die sammeln sich nicht guck mal die kleckern alle dahin weil es ist die verraschung wieder tools verstehe ich nicht wieder mein kopf nicht rein ob der englisch war ganz gut der war jetzt gerade ich will mich jetzt aber der mann hat sie darauf geachtet ob unser team komplett ja ja ich habe jetzt gerne die ganze zeit neben dir herum gelaufen und dann alter das war jetzt gerade eine geile aktion und nämlich selber loben zu wollen aber die war cool langweilig und die langweilige war erst ergänzend immer wenn man nicht außer der macht jetzt irgendwas so den drei plus drei plus vier das war ja gut die heilung als 1000 heilung eine schöne runde muss ich sagen ja so die kann man auf jeden fall auch mal hochladen die kann man definitiv hochladen auch wenn ich mal unser team ein bisschen blöd als doof betitelt habe aber das ziehe ich mal zurück die sind trotzdem immer mal ein bisschen schlecht reingelaufen die eliminierungen 18 todesstöße als tank net net ja gut dann war es das für die jetzige heutige folge beziehungsweise für diese runde bei mir ist es ja immer so ein bisschen unregelmäßig und ja hoffe euch hat es gefallen falls ja lasst uns noch ein däumschel da würden wir uns sehr drüber freuen tschüss